Wie heißt der? Anthony Robbins Und wer ist das? Der ist aus Kalifornien, Lehrer aller Lehrer Lehrer aller Lehrer Lehrer aller Lehrer Das wundert mich, dass du ihn nicht kennst Ja gut, eigentlich wundert mich ihn wohl nicht, weil er will nicht so unbedingt so richtig auftreten Okay Der hat zum Beispiel, seine Unterschrift ist bei Fall der Mauer Der hat den Gorbatschow auch promotet Ah, okay Wie sagt man dazu? Gemanagt Personal Manager Coach, gecoacht Dann bedanke ich mich Auch Clinton Clinton hatte ein riesen Problem mit diesem Fall Mit der, wie hat er geheißen? Lewinsky Ja Aber nennen wir nur Positives Er hat ihm gesagt, weißt du was, gib alles zu und geh einfach durch Er ist dann Präsident geblieben Das ist auch seine Unterschrift It's Dino Time Und vielen Dank für den Kontakt Nur über Botschafter Und Mittler Er hat keine großen Securities Er hat nur mit Pfefferspray Da kommt man schon leichter Aber bitte nochmal, damit jeder auch Aus Kalifornien Sein Sitz ist in San Diego gewesen Aber ich glaube jetzt, auf Fiji Da macht er die größten Seminare Sein Sitz kostet Eine Million Dollar Na ja, Heinz Ketchup kann mich promoten Vielen Dank Hehehe Hehehe Dino Dino Dino